Hallo Freunde, hier ist Mali von der AIV Welt wieder und heute bin ich nicht alleine, sondern habe ich euch wirklich jemanden mitgebracht. Ich freue mich sehr, dass er da ist und dass er unsere Fragen beantworten wird. Das Video wird sehr spannend für Leute, die sich für Unfallchirurgie interessieren oder sich in Richtung Unfallchirurgie bzw. Facharztunfallchirurgie bewegen. Heute ist bei uns Dr. Deepak Vishra, ein sehr guter Freund von mir. Ich habe ihn jetzt nicht so lange kennengelernt, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl da. Und zwar, er hat sein Studium in Indien beendet, ist 2015 nach Deutschland gekommen und seitdem arbeitet er in der Unfallchirurgie. Das ist nicht das Einzige, was er macht. Er hat auch einen YouTube-Kanal, wo er DMINITS international bzw. international, wo er auch ausländische Ärzte hilft, die Fachspracheprüfung in Deutschland zu schaffen. Das finde ich wirklich sehr bemerkenswert. Und er ist noch ein Papa, also ein Superman für mich. Das habe ich nicht geschafft, hatte er geschafft. Ja, und wir haben hier heute ein Interview und da kann man wirklich viel von ihm lernen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich gebe jetzt dir das Wort. Und darfst du dir vorstellen, Deepak? Es freut mich sehr, dass ich mit dir ein Interview machen darf. Ich habe auch deinen YouTube-Kanal gesehen. Das war so spannend. Das war so viel Information. Da habe ich gesagt, ja, okay, ich muss mit dir was machen. Und ja, dann haben wir uns entschieden, okay, wir tauschen unsere Informationen, unsere Erfahrungen mit den Kollegen, die noch nicht da sind oder immer noch so unterwegs sind, sozusagen. Ja, wenn wir gerade angefangen haben. Und ja, und vielen Dank für deine, also so nette Vorstellung. Gerne. Ja, wie Madi gesagt hat, Deepak Mischle ist mein Name. Ich bin seit 2015 hier. Ich arbeite mittlerweile, bin ich so ein bisschen fortgeschritten in meiner Weiterbildung. Ich versuche in den nächsten ein paar Jahren, mein Fakat zu machen in Unfallschirurg und Orthopädie und arbeite aktuell bei Uniklinik, also Universitätsmedizin in Essen in Unfallschirurg und Orthopädie. Super, danke dir. So, dann steigen wir gleich ein. Normalerweise mache ich sehr lange Einleitungen. Heute wollen wir gleich einsteigen. So, Unfallschirurgie. Warum dann Unfallschirurgie? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? So, du bist jetzt schon ein paar Jahre drin. Du hast eine andere Ansicht. Ich würde mich interessieren, das zu hören. Für Unfallschirurgie, für jeden Fachbereich, das ist giltig. Das muss man erst mal Interesse daran haben. Ohne Interesse kann einfach nur, dass so viel Glamour da drin ist, wenn man viel Serien gesehen hat, okay, Chirurg, Unfallschirurg und Orthopädie. Das soll nicht der Grund sein, weil, ja, das soll nicht der Grund sein, muss man eigentlich wirklich Interesse daran haben, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden OP zu stehen, mit dem Hacken halten, mit dem Skalpel, mit Händen was zu machen. Ja. Das ist, du arbeitest nicht gleich in den gleichen Instrumenten, mit Bohrer, mit Maschinen und alles. Und wenn man kein Interesse in solche Sachen hat, dann mag kein Sinn. Ja. Aber, wenn man daran interessiert ist, ja, das ist die Hauptsache, Interesse. Und zweitens, Vorteil, alle Fachrichtungen haben Vorteile und Nachteile. Hier Vorteil ist, dass, ja, du bist ein Chirurg, du kannst deinen Traum erleben, du kannst natürlich Menschen helfen. Orthopädie, Unfallschirurgie, meiner Meinung nach, ist ein sehr positiver Bereich, wo du wirklich sehen kannst, vor deinen Augen, wie die Menschen besser werden. Okay. Hier kommt jemand mit so starke Rückenschmerzen, du machst Röntgen, du bist ein Traktur, okay. Du machst Kifoplastie in zwei Tagen oder im nächsten Tag, der Patient kann aufstehen und bewegen. Da ist jemand mit Rückenschmerzen seit Jahren, kann kein Treppenlauf steigen, kann kein so 100 Meter gehen. Du machst eine Rückprothese und jetzt ist er wieder fit. Das ist eine Zufriedenheit. Und das ist sehr, sehr hoch in diesem Fachbereich Orthopädie, Unfallschirurgie, wenn jemand eine Traktur hat. Da kann man nichts machen. Und nach OP kann man alles machen, wie neu. Also, wenn es die Zufriedenheit, würde ich sagen, das ist ein großer Vorteil. Natürlich, als Operaturnverdienung, also Geldmöglichkeit, also Verdienmöglichkeit ist sehr hoch. Dann gibt es aber einen Nachteil auch. Du hast sehr hohe Verantwortung, sehr viel. Du kannst, wenn du Sachen gut machen kannst, manchmal machst du Sachen auch schlecht. Also, diese Verantwortung muss man so in Kauf machen. Dafür muss man trainieren und weiterbilden, sodass man diese Verantwortung wirklich übernehmen kann. Der zweite Nachteil hier ist, dass in Unfallschirurgie hauptsächlich muss man auch so spät, so Nachtdienst und Notfalldienst und sowas machen. Das heißt, wenn du mal eine Traktur so mit der Nacht hast, dann auch wenn du ein Oberarzt bist, du kannst nicht sagen, okay, jetzt ist Nacht, komme ich morgen. Und du musst so gut da sein und du musst, wenn du mal einen Schockraum hast, dann wirst du schnell kommen. Ja, wirst du schnell kommen. Also, deswegen ist es anstrengend im Bereich. Wenn man so ein ruhiger Leben will, dann Unfallschirurgie ist nicht der Fall. Nichts für jemanden, der ruhiger Leben will. Genau, die sind die Vorteile und Nachteile, was ich so im Moment denken kann. Okay, okay, das ist schon sehr gut. So, die nächste Frage ist, wie lange dauert dann die Weiterbildung? Wie lange bis zum Facharzt, sagen wir mal so? Die Weiterbildung ist so sechs Jahre von Facharzt, Orthopädie und Unfallschirurgie. Früher war es so, dass Orthopädie und Unfallschirurgie waren so unterschiedlich. Fachbereit, es gab so Facharzt für Orthopädie und Facharzt für Unfallschirurgie unterschiedlich. Aber jetzt seit 2006 ist es laut Weiterbildungsgesetz hier beide zusammen. Deswegen kriegt man Artikel von Facharzt auf die Bedienungsvollschirurgie. Wie teilt sich das? Wie teilt sich die Weiterbildung? Was muss man machen auf dem Weg? Eigentlich gibt es keinen großen Unterschied. Hier ist es so, dass zwei Jahre Common Trunk, wie bei allen Fachbereichen, hat man so sechs Monate Notaufnahme, sechs Monate Intensivstation, in einem Jahr chirurgische Stationen behandelt. Die Chirurgische kann Allgemeinschirurgie sein, Neurochirurgie oder Chirurgisch-Fachbereichen. Ja. Das gehört zu den zwei Jahren Common Trunk. Danach kann man Facharzt auswählen, wenn man sagt, ich will Unfallschirurg werden, dann arbeitet man weiter mit Unfallschirurgie. Wenn man sagt, ich mache lieber Allgemeinschirurgie, dann geht man... Oder Gefäßchirurgie ist auch sehr ähnlich. So, hier dann, nach zwei Jahren Common Trunk, gibt es vier Jahre Fachweiterbilder, Facharzt-Weiterbilder, Orthopädie-Unfallschirurgie. Hier in diesen vier Jahren soll auch ein Jahr Orthopädie, für jemanden, der meistens Unfallschirurgie machen will, später, muss ein Jahr Orthopädie gemacht werden. Hier will ich so ganz eindeutig Unterschied sagen, Orthopädie. Ja, bitte. Ja, also Orthopädie heißt, Gelenke, so Arthrose, Wirbelsäule, so was nicht Traumatisches, so Degenerationsbehandlung, Fuß zum Beispiel. Bei Kinderorthopädie, so Angeborenenkrankheiten, so was gehört zur Orthopädie. Aber alles, was gebrochen ist, traumatisiert ist, das gehört zu Unfallschirurgie. Aha. Das ist der Unterschied. So kann man während seiner Weiterbildung wählen, dass, okay, welche was interessiert mich mehr. So Unfallschirurgie mache ich lieber auf Frakturverfolgung oder lieber Prothesen einbauen, ausbauen. Das kann man im Laufe der Zeit lernen und das Gefühl haben, das mache ich besser und das liebe ich. Denn hier vor ein Jahr Orthopädie muss dann gemacht werden. Und dann ist man bereit für Facharztprüfung. Alle Unterlagen sollen dann eingereicht werden. Ihr Chefarzt soll der Meinung sein, dass, okay, dieser Assistentarzt ist Facharztstandard, darf die Prüfung zu ablegen. Er wird eine Bescheinigung schreiben, dass, okay, dieses Kandidat ist, ich finde ihn geeignet für Facharztprüfung, wenn er das geschrieben hat. Und wenn du ein Logbuch und alles so richtig hast, dann kriegst du einen Termin für Facharztprüfung bei Instagram. Aber hier habe ich eine Frage, ja, hast du es jemals erlebt, dass jemand die Zeit hatte und die Eingriffe und trotzdem der Chef sagte, der darf nicht? Hast du es erlebt? Ich erlebe. Also es kommt auch vor. Habe ich gehört. Habe ich gehört. Hast du gehört? Ja, das ist oft so, dass die Assistentärzte haben sehr lange dort gearbeitet, aber zum Beispiel, das kommt häufig mit ausländischen Ärzten, weil am Anfang musst du Brief schreiben und Papierarbeit lernen, System lernen. Du kommst nicht direkt rein in das System, wie ein Spracharzt, der PJ hier gemacht hat, Wahlfahrt. Also bei dir dauert ein bisschen. Das heißt, wenn du, auch wenn du zweites Jahr bist, oder drittes Jahr manchmal, der Muttersprachlerassistent aus dem ersten Jahr weiß das System besser als dich. Und wenn jemand so, sozusagen, nicht so motiviert ist, also er liest nicht zu Hause, er mag nur arbeiten, arbeitet acht Stunden pro Tag, so vier Stunden pro Tag, für ihn ist das sehr schwierig. Wenn der Chef so, geht zum Chef, das ist okay, Chef, jetzt ist mein sechs Jahr fertig, und ich will eine Prüfung machen, dann der Chef, wenn du, wenn jemand so gute Beziehung mit dem Chef hat, dann ist es okay. Er schreibt, okay, du gehst zur Prüfung, ob es besteht oder nicht besteht, ist deine Sache. Manchmal, wenn die Chefärzte so diese Verantwortung nehmen, dass, okay, wenn ich eine Bescheinigung schreibe, das soll auch richtig sein. Er prüft, er prüft, okay, ist er wirklich in der Lage, wie ist seine Tätigkeit in der Operationssaal, wie ist seine Patientbehandlung in der Ambulanz. Also, er hat, weil jeder Chef kennt seinen Mitarbeiter, er kennt, welcher Assistent ist in welcher Lage. So, ja, also wenn er der Meinung ist, nein, er ist nicht geeignet, er kann auch, er darf, er hat recht, er kann sagen, okay, nein, das werde ich nicht schreiben, mach wieder sechs Monate, sprechen wir nach sechs Monaten. Okay, 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 wir kommen mal zum nächsten Frage. In welchen Bereichen bist du jetzt als Unfallchirurg tätig? Ja, Station, Notaufnahme, was gibt es denn bei euch noch? Wenn jemand auf eine Unfallchirurgische Orthopädie anfängt, dann hauptsächlich alle Krankenhäuser sind hauptsächlich Unfallchirurgische Klinik. Orthopädie ist wenig, weil Orthopädie ist meistens von Praxis, also niedergelassenen Kollegen gemacht und auch in Krankenhäusern ist wenig Teil. Hauptsache sind die Leute, die gefallen, ältere Omis, die im Kopf gefallen, Komoot zu haben. So, der Tagesablauf ist, dass, okay, geht man, machen wir morgen Visite, dann nach Visite, du gehst in Zubesprechung, in Zubesprechung wird von Diensthabenden Kollegen alles erzählt, was über Nacht oder was in den letzten 24 Stunden gekommen ist. Also, es heißt, die Verletzungen, was soll operiert werden, was ist im Nacht operiert worden, wie ist der Postoperativverlauf, so alles, was über Diensthaber gelaufen ist, wird das erzählt. Dann, dann die Teammannschaft wird sich so verteilen, okay, das gibt einem so woken Plan normalerweise, okay, er geht in OP, er macht Sprechstunde, er geht in Notaufnahme, er macht Station, so, wenn jemand auf Station eingeteilt ist, dann geht auf die Station, macht Visite, Entlassungsbrief, Blut ab, versorgt ist, eine Wundversorgung, like, diese Wundkontrolle und alles auf normalerweise, das macht man als normalerweise dazu. Wenn jemand für Operation eingeteilt ist, dann geht man in OP-Saal, nur als die Operatur, nicht nach der Operatur, sondern etwas truer, sodass, das sind Lagen, er guckt die Röntgenbilder, macht die Röntgenbilder auf im OP-Saal, sodass, was für Traktur ist, er soll alles wissen, dass, okay, was die Struktur ist, was soll gemacht werden, wie ist der Plan, hat der Prozent Allergien, hat der Prozent irgendwelche Auffälligkeiten, das soll er wissen, als guter Assistentarzt. Wenn man das nicht weiß, dann ist er nur Mitarbeiter, er ist nicht ein guter Assistentarzt. Ein Mitarbeiter dürfen Haken halten, aber nicht operieren. Ein guter Assistentarzt, der über seinen Patienten kümmert, der über seinen Patienten sich informiert, er darf auch mit operieren. Das heißt, er darf auch noch kleine Schritte durchspüren. Das ist der Punkt, wo man in OP-Saal langsam vorkommt, so langsam weiter steigt, weil sonst, wenn du einfach so steigst mit Haken halten, dann ging das nicht. Also, das kannst du für Jahre machen, aber kommst du nicht weiter. Das ist für OPs, ne? Und für jemanden, der in Notaufnahme eingeteilt ist, der geht in Notaufnahme, guckt die Patienten an, macht Röntgenbilder und dann ambulante Versorgung von Patienten. Ambulante Versorgung hier heißt hauptsächlich Traktur und Trauma, Dings, also Rheumatom, Ausräumung, Wundinfekt, Deprimon, sowas. Die Notaufnahme von Unfallchirurgie ist immer voll, in den meisten Krankenhäusern, weil Unfallchirurgie, alle in Deutschland, weil alle so verwischert sind, auch wenn man so einen Küschen, also Messer, Stich im Finger haben, kommen die Notaufnahmen. Wenn jemand so Ruckenschmerzen seit drei Monaten hat, kommt die Notaufnahme. Wenn es mit Fuß umgeknickt ist, kommt die Notaufnahme. So, der Notaufnahmearzt, Unfallchirurgie ist immer beschäftigt. Deswegen, das ist ein, deswegen, viel Krankenhäuser lassen, nicht der junge Assistent ist die Notaufnahme, weil da viel Arbeit ist. Und junge Assistenten werden zu viel, zu lange dauern und die Patienten werden dann drei Stunden, vier Stunden warten. Aber in kleinen Krankenhäusern ist das so, dass, weil da kein, nicht viele Ärzte sind, deswegen, der junge Assistent hat es nach zwei Wochen, zwei Monaten, drei Monaten ist die Notaufnahme eingeteilt. Und dafür muss man dann gut lernen. Da sind Büsche, also Checklist oder diese... Dazu kommen wir dann nachher, da habe ich eine Frage dazu. Da sind Büsche, ich würde auch sie verzeigen, das muss man dann lernen, dann kommt man schneller. Sonst steht man dann doof und hat keine Ahnung. Genau, diese sind die drei Faktoren, also die drei Bereiche, wo man so hauptsächlich arbeiten soll. Also OP und dann Sprechstunde machen meistens die obere Ärzte. Der Assistentarzt macht sehr vorgeschritte, Assistentarzt machen das, aber normalerweise nicht. Okay, also vier Bereiche, Station, OP, es ist sehr ähnlich wie bei uns. Nullaufnahme, fortgeschritten, manchmal geht es in die Sprechstunde und Punkt, was du hier gesagt hast, muss ich auch nochmal betonen, weil ich habe es auch so gemerkt, also Oberärzte sagen dir das nicht. Ja, die sagen nicht, du bist ein guter Assistentarzt, wenn du weißt. Aber das ist tatsächlich so, die Assistentärzte, die kennen ihre Patienten, die wissen, was der Patient hat, wo kommt er her, wo ist er operiert. Und so die ganze Vorgeschichte und die Befunde und die OP-Indikation, die kommen weiter. Die kommen automatisch weiter halt, die werden respektiert, die werden auch favorisiert im OP und dann, ja, dürfen sie mehr operieren. Das ist so. Sagt dir keiner, aber es ist so. Richtig, ja, das ist so ein, das ist auch richtig. Hier ist es so, dass die Assistentärzte, die, sie sind zuverlässig. Das heißt, wenn ein Oberarzt, der Oberarzt soll nicht bis Ende bleiben, dass der Wund zu ist, richtig zu ist, sie soll nicht da bleiben, dass der postoperativ Röntgen gelaufen ist, sie soll nicht da bleiben, dass Redong-Drainage aufgemacht wurde oder Verband richtig gemacht wird. Das heißt, die solche Assistentärzte nehmen die Arbeit ab von der Oberarzt. Ja, genau. Wenn man so, das ist der Ziel von der Assistentin. Was ist das Ziel? Dein Ziel ist, du magst Leben von deinen Kollegen und deinen Oberen einfacher. Ja, also. Warum gehst du bei der Arbeit, dein Ziel bei der Arbeit ist, du und ich komme, weil ich Leben von meinen Kollegen und meinen Oberärzt und meinen Chefarzt einfacher machen will. So ist das, so ist das. Und dann später wird jemand mein Leben einfach machen. So ist das. So sehe ich das. Also perfekt. Dann kriegst du das auch reziprokal. Also von, du kriegst das. Ja. Von der Oberärzt auch. Die Kollegen werden dich unterstützen für Sachen, wenn du zum Beispiel frei willst. Du willst irgendwelche Dienste nicht machen. Wenn du solche Beziehungen mit deinen Kollegen hast, dann werden sie sagen, okay, gut, ich mache deinen Dienst dann. Ja, gut, geh mal, mach mal das dann. Ja. Und auch von den Oberen, wenn du dein Leben von den Oberen einfacher machst, sie werden dich mehr unterstützen. Ja. Also ich denke, wenn man nur diesen Punkt aus diesem Interview nimmt, dann wird man sehr, sehr weit kommen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ich danke dir dafür. Wir bewegen uns zur nächsten Frage, weil die Zeit ja läuft sehr schnell. Es macht sehr Spaß, aber die Zeit läuft schnell. Nächste Frage ist, die viele sich fragen. Soll ich jetzt in einem kleinen Krankenhaus anfangen oder Maximalversorger oder ohne Klinikum? Was würdest du sagen am Anfang? So am Anfang, wenn jemand, wir reden von jemandem, der jetzt Backsparkprüfung gemacht hat. Zum Beispiel. Oder auch jemand, der gerade mit dem Studium fertig ist in Deutschland. Für jemanden, der sich mit der Sprache zutraut. So bei jemanden, zum Beispiel ein Deutscher. Für solche Personen ist ein Maximalversorger Uniklinik geeignet, weil dort lernt man Struktur. Da sind vier verschiedene Abteilungen, verschiedene Leute. Aber für einen ausländischen Arzt mit gebrochener Sprache, wo wer das System kennenlernen soll oder muss, der soll klein anfangen. Der soll in Reha-Klinik, vor Approbation macht auch keinen Unterschied, wenn man in Reha arbeitet. Reha-Klinik arbeitet. Ja. Weil deine Weiterbildung ist gerechnet nach Approbation Urkunde, wenn du Approbation hast. Davor kann man auch mit Berufserlaubnis Reha arbeiten, Kleinkrankenhäuser, weil in Kleinkrankerhause, da sind wenig, das Team ist klein. Und von diesem kleinen Team kannst du sie lernen, kannst du wissen, wie das sein soll. Sie werden auch nicht persönlich was beibringen. Wenn du ein großes Team bist, dann stehst du in die Ecke. Und du willst irgendwann dann raus von dem System. Ja. Weil sie können mit dir nicht sprechen. Du willst jetzt nicht verstehen, was sie meinen. Und sie haben auch keine Zeit und auch keine Lust, die Zeit einfach zu verbringen, jemanden beizubringen. Weil Arbeit ist viel und sie wollen auch Arbeit schnell machen und nach Hause gehen. Ja. Deswegen meine Empfehlung wäre, dass am Anfang Reha-Klinik oder ein Kleinkrankenhaus, Grundregelversorgung, 200 Betten, 300 Betten Krankenhaus sind in der Regel so gute. Weil da sind auch viele verschiedene Abteilungen und das Team ist auch nicht groß. Wenn du zum Beispiel 1.000 Betten Maximalversorger gehst, da ist es ziemlich stressig. Und das Stress braucht man nicht unbedingt, muss man nicht unbedingt machen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt und da muss ich auch nochmal betonen. Es ist auch nicht persönlich, dass die Leute, die haben einfach keine Zeit in diesen großen Krankenhäusern. Es ist einfach ein enormer Zeitdruck. Und man will auch selber weiterkommen. Also man will dir helfen, aber auch selber weiterkommen. Wenn ich so wenig Zeit habe, dann habe ich jetzt keine Zeit, um dir alles zu erklären. So ist es leider. Es ist einfach, es ist keine Zeit, es ist keine Zeit für die Weiterbildung, ist vorgesehen im Alltag hier. Ja, dann meine nächste Frage, da fragt man sich auch. Wie lange dauert es so wirklich, bis man selbstständig jetzt in der Unfallchirurgie operieren kann? Was meinst du da? Hier am Anfang, im ersten Jahr beginnt man mit Metallentfernung, mit so kleinen Optionen, so Mittelhandknochenfraktur, Metall, so Schraubenentfernung, Platteentfernung, so was, Kleinigkeiten. Weichteil-OP zum Beispiel Abscessausräumung, Hämatomausräumung, so was. Dann im zweiten Jahr geht man langsam weiter, so größere Metallentfernung, zum Beispiel Fimurnagel oder Tibia-Nagelentfernung, so was. Burtsektomie kann man machen, Arthroskopie kann man ein bisschen probieren. Das ist alles unter so Begleitung, das machst du nicht allein im OP-Saal, aber du bist der Hauptoperator, du darfst das anfangen. Du musst davor beweisen, dass du weißt, was du machen, du hast einen Plan. Ja, du musst immer, weil viele Oberreste erwarten, dass du erzählst, okay, ich mache jetzt, werde ich so, so, so machen. Und dann machst du es nicht einfach, Skalpell nehmen und irgendwas machen, das darf man nicht machen. Dann kriegt man zweites Mal keine Chance. So, dafür muss man so auch bereit sein. Immer am Vortag sehen, okay, ob du im OP-Plan stehst und dann dafür vorbereiten. Ja. Dann weiter, wenn man so, je nach, man dann macht, ab zweitem Jahr kann man auch Frakturversorgung, zum Beispiel, Radiusplatte, Sprunggelenkplatte, Gamma-Nagel, diese Operationen darf man ab drittem Jahr, zweitem Jahr, Ende so anfangen machen. Langsam, ja, langsam kommt dann bei Ende, hauptsächlich, so Hauptoperationen, so komplizierte Operationen, gegen so sechste Jahr, ja, so gegen Fakats ungefähr, vor Fakats und nach Fakats darf man machen, je nach, abhängig von, wie man so, ich letzte Jahr so gemacht hat, wie der Oberrat, welche Beziehung du mit Oberrat zum Chef hast, also wie dein Wert im Team ist. Also abhängig davon darfst du das machen, weil, und nach Fakats, wenn du da bist, dann machst du Dienst und hauptsächlich lernt man im Dienst. Also, wenn du Fakatsdienst machst, dann musst du das, nach Fakats arbeitet man drei, vier Monate erstmal in Einarbeitung, sodass er hat Dienst, aber gibt auch einen Hintergrund, der erfahrene Oberrat da ist, ja, und danach, wenn man versteht, okay, er kann Sachen machen, dann lässt man das, okay, gut, jetzt machst du Dienst und nur in schwierigen Fällen, wenn du jetzt nicht weiterkommst, dann, ich bin auch da, so, zu Hause, ruf mich an. Das heißt, eigen, selbstständig operierend kommt, ungefähr, so, ungefähr gegen Fakats, vor oder ein bisschen nach, so, sechste Jahr, nach Fakats ungefähr dann. Das ist das System jetzt in einem Uniklinikum, sag ich mal so, das ist nicht überall. Das ist, äh, das habe ich auch in, äh, an den Kleinkrankenhauser gesehen, das ist ungefähr so, ja, ungefähr so. Das ist ungefähr so, genau, genau. Also manchmal dauert es ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, ja, je nachdem, was, was die machen, oder? Überhaupt. Weil, ohne Fakats, ohne Fakatsdittel darfst du nicht allein am OP-Tisch stehen, also, du brauchst ein Fakats, der neben dir ist. So, was du während dieser Zeit machst, zum Beispiel, das ist von deinen Erfahrungen, deinen Sachen, du darfst, manchmal ist das so, dass du darfst machen, was du kannst. Okay, wenn du sagst, ja, ich, ich kann Klavikula versorgen, oder du hast das schon mal gemacht, dann, äh, der Oberarzt wird sagen, okay, mag das, ich gucke. Okay. Wenn du das richtig machst, dann, okay, das nächste Mal machst du das ohne viel Aufsicht, dann steht irgendwo in der Nähe und dann machst du das. Das darf man machen, aber nicht in den nächsten vier Jahren. Also, erst vier Jahre sind für Basissachen muss man Theorie viel lernen und alles, aber danach, drückter Jahr, sechster Jahr darf man langsam operieren. Aber da ist ja Engagement gesagt, du hast ja gesagt, Vorbereitung, man muss ja auch lernen und es sind viele Schritte, bis man dazu kommt. Viele wollen direkt bei der OP anfangen und gar keine Schritte davor, das funktioniert so nicht, Leib. Genau, das ist die, das ist, also viele klagen, oder ich glaube, alle, alle chirurgische Weiterbildung, Assistenteste, also klagen, oder sind der Meinung, dass sie kriegen kein, so nicht viel Chancen-OP, sie, sie haben Recht, so, steht viel zu. Genau, genau, ja, sie haben Recht, sie haben Recht auf Operieren. Sie haben Recht auf Operieren, aber es geht nicht um Recht, es geht um, äh, du kannst nicht verlangen, dass, okay, ich will mehr operieren. Du musst das zeigen, dass, okay, ich kann das. Das wir verdienen. Ja, du hast, ja, genau, du hast es, du musst sagen, du hast es verdient und nicht, dass ich habe Recht auf Weiterbildung. Ja, 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 also da stimme ich dir 100% zu, höre ich immer wieder. Wir haben Recht und die müssen uns beibringen und so weiter. Du kannst es versuchen, so mit diesem Recht, Geschichte, mit, aber. Du kannst einen Anwalt, du kannst einen Anwalt mieten. Genau. Für dein Recht. Ja, genau. Super, dann komme ich jetzt zur nächsten Frage, ja. Welche Bücher haben dir so geholfen, welche Kurse hast du so gemacht und du denkst, man muss das unbedingt machen und unbedingt lesen? Okay, so, ähm, am Anfang für, äh, wir reden jetzt von dem ganz Anfang, der, äh, Bewerbung macht für Unfallschirurgie-Orthopädie. So, äh, für solche Leute ist ein, äh, Klein-Buch, äh, heißt, äh, Klinik-Leitfaden. Ja, ich liebe sie. Klinik-Leitfaden von Unfallschirurgie-Orthopädie, das kann man nehmen. Ja. So, äh, Checklist Traumatologie, das kann man nehmen. Zwei Bücher sind genug eigentlich, wenn man das gelesen hat, das ist für Notaufnahme hauptsächlich. Okay. Checklist der Traumatologie. Das ist für Notaufnahme? Ja. Dann gibt es Bücher von Griffka, das ist, äh, ich habe jetzt das PDF, ähm, aber, das ist Orthopädie-Orthopädie-Unfallschirurgie, und der Autor ist Griffka. Griffka, okay. Standardbuch gibt zwei Versionen, eine ist klein, zu 400 Seiten, ähm, das ist für Anfang okay, und für Fakats muss man eine große Version lesen, das ist für 1000 Seiten. Mhm. So, das ist, äh, das ist der Standardbucher. Dann, um Kursen, muss man, äh, AO-Trauma-Kurs machen. Mhm. AO-Trauma-Kurs. Arbeits, Arbeitsgemeinschaft Orthopostosynthese. Ja. Also, die sind etwas teuer, aber wenn man arbeitet, dann wird das vom Krankenhaus meistens bezahlt. Also, das ist sehr wichtig, weil da... Wie lange ist dieser Kurs, wie viele Tage? Drei, vier Tage ungefähr. Drei, vier Tage, okay. Kann man direkt an AO-Foundation-Website gehen, dafür wird man so etwas sehen. Okay, so, mit AO-Trauma, da lernt man so Grundkenntnisse, Grundsachen von Orthosynthese. Warum ist hier eine Platte gemacht? Warum ist hier eine nur so Schraube? Warum macht man eine Prothese hier? So, Grundlegen oder Grundlagen von Orthosynthese wird dort gelernt oder gelernt. So, das kann man machen. Andere würde ich vor allem empfehlen, die etwas sportgeschritten sind, also nach zwei Jahren, Notarztkurs zu machen. Ja, auf jeden Fall empfehle ich auch. Notarztkurs ist sehr gut. Das offnet eine Möglichkeit, als eine weitere Qualifikation, als Notarzt zu arbeiten. So, das ist ein zweiter Punkt. Aber der erste Punkt ist, mit dieser Kenntnis, mit diesem Wissen, bist du sicherer in deiner tägliche Arbeit. Du weißt, okay, wenn ich ein Assistentarzt bin auf Station und ein Patient klagt über Luftnot, hat sofortige Luftnot, was kann das sein? Was soll ich jetzt sofort machen, bis der Reha-Team da ist? Also, das in der Notarztkurs, das ist auch etwas teuer, aber wenn man arbeitet im Krankenhaus, das wird alles von so Krankenhäusern bezahlen. Das wird alles, ja, ganz schön. Aber wenn man so selbst bezahlen muss, muss man in sich so investieren. Ja, ja. Geld ausgeben, weil, Hauptsache, das ist, okay, Geld ist wichtig und alles, ich verstehe, und wir Gäste in Deutschland oder Assistenten sind nicht so reich in Deutschland, für Geld auszugeben, aber diese Investition, das hilft viel und das bringt eine Sicherheit in deiner täglichen Arbeit. Und das merkst du und merken deine Patienten, merken das Team, die Schwächten merken, okay, dieser Arzt, er hat Ahnung, er weiß, was er macht. Also, das hat ein gutes Gefühl, hast du dann, wenn du in solcher Umgebung arbeitest. Deswegen, und dann andere, spezifisch für Traumatologie, ist ein ATLS, Advanced Trauma Life Support. Das ist eine Voraussetzung für viele Krankenhäuser, wenn man jetzt im Bewerbungsprozess ist oder am Anfang so Weiterbildung ist. Das ATLS, wie gesagt, Advanced Trauma Life Support, das bringt dir, das ist ein amerikanisches Unternehmen und das ist eine Voraussetzung für Notaufnahmearbeit, zum Beispiel ein Universitätsklinikum. Ohne ATLS-Zertifizierung darfst du nicht in Notaufnahme arbeiten oder darfst du nicht in Schockraum arbeiten. Ich denke, die Skurzen sind so wichtig, sonst gibt es viel Zeit, Zeitschriften, viel Internetportal, was man so lernen kann, aber die sind die wichtigen Bücher und Quellen. Dann eine sehr wichtige Frage, ja, die mich so immer wieder beschäftigt, ja. Man sagt schon, im OP ist der Ton immer rau. Es ist meistens, man kann das auch als unfreundlich bezeichnen. Es ist berechtigt, aber manchmal geht das einem sehr nah. Wie gehst du damit um? Du wirst auch schon mal sehr hart kritisiert, weil du irgendwas jetzt, nichts wildes, aber irgendwas so nicht so richtig gemacht hast. Ja, also das passiert oft. Das ist nicht nur am Anfang, das passiert jetzt auch manchmal. Weil, in Unfallschilogie hauptsächlich, die Sachen sind sehr fein. Wenn du einen Schritt nicht richtig machst, dann wird der gesamte OP keinen Erfolg haben. Das wird postoperativ scheitern, das wird nicht helfen, das wird nicht gut werden. Und eine Operatur ist wichtig, der operiert, aber der Assistent ist auch wichtig. Weil, wenn du die Haken nicht richtig hältst, wenn du zum Beispiel irgendwelche Nerven verletzt, dann ist das Gesamt, was der Operatur gemacht hat, ist dann egal. Ja, weil der Assistent nicht gut war. Deswegen, der Ton ist ein bisschen hart. Nicht generell. Also manche sind sehr entspannt, Operatoren, manche sind ein bisschen so anstrengend. Das ist auch unterschiedlich. Aber in Unfallschirurgie, was ich gesehen habe, der Ton ist ein bisschen so streng. Dafür muss man etwas so dickes Haut haben. Ja. Dickes Fell haben. Und nicht alles so persönlich nehmen. Immer lernen. Ja. Immer lernen. Weil einen Fehler darfst du nicht nochmals machen. Und das ist einfach gesagt als gemacht, weil du sagst ja, okay, ich werde gleich wieder nicht nochmals machen. Aber wenn man so viele Sachen machen muss und konzentriert an eine Sache, dann, weil das ist eine Handarbeit. Deine Hand ist, du bist ein Sklav von deinen Gewohnheiten. Ja. Ja. Mensch ist ein Sklav von deinen Gewohnheiten. Du bist gewohnt, eine Sache so zu machen. Und du wirst im Stress immer wieder dasselbe machen. Ja. Immer wieder. Auch wenn du weißt, auch wenn letztes Mal du so dafür Anschluss gekriegt hast, dass okay, sollte nicht so sein, auch nicht so sein. Du wirst das so machen. Deswegen braucht es Zeit und muss man so aktiv dann denken, dass okay, jetzt mache ich so einen Knoten zum Beispiel. Mache ich so einen Knoten. Weil ein Operator sagen, mit zwei Händen machen. Andere wird sagen, mit einem Händen Knoten. Einer wird sagen, das ist ganz unterschiedlich. Deswegen muss man so dickes Haut haben. Und langsam lernen. Ja. Und langsam kommt man dann. Ja. Ja. Genau. Genau. Ja. Und da ist ein sehr wichtiger Punkt, hast du gesagt. Jahrelang habe ich auch das gesagt. Ja, ich weiß das. Warum dann bringe ich das nicht in Umsetzung? Ja. Man sagt ja, Wissen sind drei Stufen. Erste Stufe ist Wissen. Ich weiß das. Aber das bringt dir nirgendwo, dass du irgendwas weißt. Viele Menschen wissen, dass sie zum Beispiel nicht rauchen sollen. Rauchen sie aber trotzdem. Und dann die erste Stufe ist Verstehen. Verstehen heißt, was du weißt, kannst du auch umsetzen. Und die dritte Stufe ist Erfahrung. Das ist eine ganz andere Stufe. Ja, es ist auch bei, zum Beispiel beim Autofahren. Du weißt alles, aber bist du ein erfahrener Fahrer, das ist eine ganz andere Geschichte. Oh, genau. Ja, deswegen. Das ist eine Analogie, ganz richtig. Und das passt auch zum Operieren. Genau, genau. So, dann meine nächste Frage ist eine meiner wichtigsten Fragen. Weil ich finde, viele Ärzte sagen, ja, es ist alles toll, du hast gesagt, lernen und so weiter. Ich habe aber keine Zeit. So, du arbeitest jetzt, du bist Assistent Arzt in Uniklinikum, du hast einen YouTube-Kanal und du hast auch ein Kind. Ja, und du machst auch noch nebenbei Kurse und so weiter. Was ist denn Zeitmanagement für dich? Wie kannst du so viel schaffen? Ja, es gibt viele, die gar nichts schaffen. Wie schaffst du das denn? Erstmal, wie gesagt, da muss man so Leidenschaft vor irgendwas haben. Also ich will das, ich muss das. Du kannst, aufgeben ist sehr einfach. Das sage ich immer bei allen. Das Einfachste, was man machen kann, ist aufgeben. Das ist zu schwer für mich, ich werde das nicht machen. Das ist sehr einfach. Das kannst du jederzeit machen. Das ist zu schwer, operieren zu schwer, ich werde das nicht operieren. Ich mache allgemein, also Praxis irgendwie. Das ist sehr schwer, aber das muss man nicht machen. Wie ich das mache, ist nicht leicht für mich, ist auch sehr anstrengend für mich. Aber ich versuche, das zu prioritisieren. Ich lese ein bisschen, wie man Zeitmanagement, weil Zeit ist ein Asset, ein was, wenn einmal weg ist, dann hast du nicht. Dann ist das verloren. Zeit musst du sehr, sehr aufmerksam, sehr bewusst ausgeben. Das ist dein Geld, das ist mehr wichtiger als Geld. Wichtiger als Geld. Ich hasse solche E-Mails oder solche Facebook, die schreiben, ich weiß nicht wie viel und dann, da ist keine Frage, da ist nichts für mich. Was soll ich jetzt fragen? Ich habe kein Interesse an, diese Vorgesichten kennenzulernen. Deswegen Zeit, da sind viele Distractions heutzutage. Da sind so viele Medien, so viele Leute, die irgendwas von dir wollen, telefonieren. Das muss man alles so irgendwie, das muss man versuchen, alles wegzulassen. Du musst fokussieren, was ist wichtig für dich und dann musst du Priorität setzen. Das mache ich erst, dann mache ich das. Wenn Zeit bleibt, dann mache ich das auch. Ein sehr wichtiger Satz, hast du hier gesagt, da muss ich jetzt zwei Sachen unterstreichen. Was ist wichtig und dann für dich? Also in dem Satz ist so viel Bedeutung. Also wichtig und für dich. Das muss man sich aussuchen und erst das machen und dann alle ganzen anderen Sachen. Von wegen Netflix oder TikTok oder was man auch immer machen will. Also das sind so viele Sachen heutzutage, dass wenn man alles machen will, dann schafft man das nicht. Du hast Sachen erzählt, das was ich mache, das ist okay. Aber ich habe auch so viele Projekte, die liegen, die ich nicht geschafft habe oder nicht angefangen habe. Oder habe ich angefangen und liege in Kalt Eis, weil ich habe keine Zeit dafür. Und dann muss man auch, wenn man wirklich das machen will, denn der zweite Punkt ist Delegieren. Ja. Sachen jemand anders geben, mach bitte das. Und das Delegieren, dann gibt es Automation auf Englisch. Da sind viele Sachen, was du automatisierst. Automatisieren, ja, automatisieren. Das geht automatisch. Ich muss mich nicht involvieren. Diese Sachen, dafür lerne ich, lese ich Bücher, E-Books und Audio-Podcasts. Kannst du ein Buch vielleicht zum Zeitmanagement oder einen Podcasts empfehlen, wo man lernen kann, wie man seine Zeit optimiert? Da ist ein Buch, was ich so letzten Monat gelesen habe, das ist 4-Hour-Work-Week bei T-Pets. So, wenn man das hört, ich habe das schon irgendwann gesehen und dann dachte ich, wer will nur 4 Wochen arbeiten? Weil ich will nur 40 Stunden, 80 Stunden arbeiten. Ich bin so arbeitsbereit. Ich mache auch, ich liebe Arbeiten. Ja. Aber dann, wenn ich das wirklich gehört habe, dann habe ich gehört, das ist nicht um nur wenig Arbeiten. Das geht um konstruktiv Arbeiten und mehr effektiv Arbeiten. Ja. Weil wenn du kannst, du arbeitest, das heißt nicht, du mehr produktiv bist. Ja, ja, produktiv ist der Schlüssel. Wenn du auch im Krankenhaus arbeitest, musst du produktiv sein. Das ist dein Wert. Was ist dein, wie kommst du als chirurgischer Assistant dazu weiter? Es kommt aus, wie viel Wert du hast in deinem Team. Wie viel Arbeit du schaffst. Und für Ausländische ist das immer so. Ich habe das auch mit meinen Kollegen immer wieder gesagt. Okay, was ist dein Ziel? Wie bleibst du im System? Wie bleibst du ein guter Assistant Arzt? Wie kriegst du gute Möglichkeiten? Ja, ja. Die Antwort ist, du musst besser als andere sein. Du musst schneller als andere sein. Und du musst freundlicher als andere sein. Ja. Ja. Weil da sind viele, sie klagen so, okay, da waren so, zum Beispiel 15 Blutentnahme. Der andere Kollege hat nur 5 gemacht. Warum soll ich 10 Blutabnahme machen? Ja, ja. Als Beispiel, also, da habe ich gesagt, ja, okay, du machst jetzt 10 und dann du zeigst, dass du kannst auch 15 machen, ja? Weil da du zeigst, dass du bist arbeitsbereit und du sagst nie nein. Du sagst nie warum. Du musst später, kommt irgendwann die Zeit, okay, dann sagst du, ja, ich bin ja jetzt auf gleichem Niveau, warum soll ich unnötige Arbeit weiter machen? Ja, ja. Aber erstmal, du musst das beweisen, dass du bist in der Lage, extra Arbeit zu schaffen. Wir sind sehr weit in der Zeit gekommen, deswegen auch, wollte ich auch, also, wenn denn euch das alles, was wir hier erzählt haben, gefallen hat, ja, Deepak hat auch einen Kanal auf YouTube, würde ich euch auch empfehlen. Es ist zwar auf Englisch, aber wer von uns kein Englisch kann. Er hat sehr interessante Content da, ja, ich habe jetzt nicht alle Videos gesehen, aber ein paar Videos, die ich gesehen habe, fand ich super, super interessant. Da könnt ihr gucken. Ich verlinke den Kanal auch unten in der Beschreibung. Da wollte ich dich fragen, ja, kannst du uns so ein bisschen erzählen, was du da in deinem Kanal machst? Ja, Kanal ist hauptsächlich, ich habe das Kanal 2016 angefangen, nächsten Tag nach meiner Approbationsprüfung. Ja, wenn man Approbations, weil ich sehe, heutzutage, da sind viele Leute, die Beratungsunternehmen und alles so beginnen, auch wenn sie selber nicht approbiert sind, auch wenn sie so vor zwei Monaten Fachsprachprüfung gemacht haben und sie sind jetzt so Consultants sozusagen. Coaches, die keine Ergebnisse haben. Ja, also ich habe diesen YouTube-Kanal 2016 angefangen. Ziel dafür, also Grund war, dass ich habe, weil 2016, 2015 war alles neu, Deutschland war nicht so offen oder Informationen war nicht viel da, so welche Prüfung, welche Unterlagen, was, wie ist der Weg und wusste keiner. Also ich wusste auch nicht am Anfang, aber wenn ich selber hier gekommen bin, habe ich alles gemacht und dann, ich hatte immer wieder Nachrichten gekriegt von Kollegen oder Leuten in Indien oder in anderen Ländern auch, das ist okay. Und dann, weil ich so nett war, musste ich mit jedem so eine halbe Stunde, eine Stunde reden. Ja. Das ging immer nicht mehr. Ja, das ging immer nicht mehr. Dann habe ich gesagt, ja, okay, ich mache YouTube und ich schicke dir das Link. Das ist so angefangen. Und dann langsam, weil das so, so viele Leute da waren und dann so viel Kommentar, dann Leute haben gesagt, ja, okay, du musst, weil da sind viele Consultants im Markt, sie, die Beratung machen, alles und viel Geld damit zu verlangen. Und wir wissen, wir kennen, wir vertrauen diese Consultants nicht. Dann haben sie empfohlen, dass, okay, die Leute haben empfohlen, dass du sollst auch ein Consulting machen, sodass ich vertraue, wir vertrauen dich und wir werden mitmachen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ein Angebot ist, dann warum nicht? Wenn ich Kunde vor ein Geschäft habe, dann warum soll ich nicht das Geschäft aufnehmen? Genau. So ist das passiert. Und ja, es freut mich, ich habe viele Leute kennengelernt, viel jetzt Online-Kurs mitgemacht, so, das ist viel Spaß, deswegen versuche ich auch mehr und mehr Zeit da zu investieren, weil es freut mich, wenn die Leute so positive Nachrichten schreiben oder Angehörigen oder Eltern von Kollegen schreiben, ja, wir sind so glücklich, wir sind so, das freut mich sehr. Also danke dir, danke dir für deine Arbeit, wirklich, ja, ich weiß es zu schätzen, weil so, genauso wie du sagst, am Anfang haben mir ein paar Kollegen geholfen, aber so jemand, dass der, der stabil da war, das, das gab es nicht, ja, und ich finde es wirklich toll, was du da machst. Und meine letzte Frage, bevor wir unseren sehr interessanten Gespräch hier abschließen. So, was sind dann deine Tipps für die ersten Tage in Deutschland für ausländliche Ärzte und für die ersten Tage in der Unfallchirurgie? Für irgendjemand, der jetzt gerade in der Unfallchirurgie angefangen hat. Augen und Ohren offen lassen, alles absorbieren, so, alles, immer beobachten, was mag er, oder anderen, so, dein, äh, andere Assistentarzt, der Oberarzt, was mag er, wie mag er, warum mag er. Ja. Ja. Wenn du das für die nächsten, erste sechs Monate so beobachtet hast, gelernt hast, dann, dann bist du drin. Dann weißt du das und dann nebenbei die Bücher lesen. Und wenn du das magst, dann, äh, ist okay, dann kannst du weiter, äh, arbeiten. Das würde nicht so gut sein. Danke dir. Ein Tipp fürs Leben. Ich habe sehr viel von dir gelernt, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, viele von den Sachen, worüber wir gesprochen haben, werde ich dann in der Beschreibung dann verlinken, die ganzen Bücher und Kursen und so weiter. Und, ähm, ja, schreibt uns dann, äh, was, was ihr meint dazu. Das erste Mal, dass ich auch ein Interview gemacht habe. Ist es, war es gut? War das schlecht? Sagt uns, was gut war, was schlecht war. Was kann ich dann, äh, verbessern? Und, ja, also, wie gesagt, ich bin sehr dankbar. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.